Doch, Taka hat's gut gemacht. Er hätte mich töten können. Hat er nicht gemacht. Er ist treu geblieben. Juna, seid stolz auf ihn. Achievement! All deine Freunde sterben! So ein Achievement möchte ich nicht besitzen. Achievements sind eigentlich eher so Sachen, so Meilensteine, die man erreicht hat. Technikpunkt verdient. Komm, er hätte mir wenigstens zwei geben können, okay. Vorräte. Nochmal Vorräte. Warum so viel? Na komm, ist egal. Hallo. Hallo, ich habe doch mit Sora gespielt. So. Was machen wir denn als nächstes? Das ist schwarze Farbehändler. Null verfügbar. Drei neue Aussehensobjekte. Hier gibt es noch was Unentdecktes. Na. Ja. Also dadurch, dass ich ja da, da ja die Twitch-Zuschauer meine Let's Plays nicht beobachten. Wir haben im letzten, in der letzten Zeit ist er schon ein bisschen oben. Also es wird da jetzt nicht gespoilert. Wir haben unsere Nanny getroffen, sozusagen. Die alte Dame, die uns ein bisschen, die uns das Blasgroß sozusagen geschenkt hat und uns beigebracht hat. ähm... Der greift jetzt alle an. Und da sind die Giftnadeln. Und ja. Die Dame ist halt auch gestorben. Aber nicht im Kampf. Drei, 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 Drei. Drei, Ich bin ein, was ich aus dem Weg zu tun! Ich bin ein, was ich aus dem Weg zu tun! Ich bin ein, was ich aus dem Weg zu tun! So, macht schon Spaß mit dem Blasrohr, ne? Ich weiß nicht, ob das auch Gegner sind. Was machen die da oben? Sind das Banditen? Sind das Gegner? Ich habe keine Ahnung, gegen was der kämpft, aber so kann man seinen inneren Dämonen auch besiegen. Ah, das waren unsere Freunde. Okay, finde ich cool, dass wir auch mal... Oh, wollen wir die Pferde killen? Nein, machen wir nicht. Und sonst wird unsere Outgame-Juna... Outgame-Juna... Das ist so... Warte doch, kann man machen. In dem Spiel kann man das mal machen. Unsere Outgame-Juna, richtig sü... Richtig süß... Richtig sauer. Entschuldigung. Ups, mein Fehler. Ähm, ja. Das ist, wenn man seine Gedanken nicht richtig artikulieren kann, aber auf der anderen Seite irgendwie trotzdem irgendwas gezwungen, schlaues oder blödes sagen muss. Und wenn man ein Kaugummi in der Fresse hat. Bonus-Ziel abgeschlossen. Okay. Warum kann ich nicht direkt schnell reisen zum Lager? Warum muss ich da diesen Weg gehen? Was ist das, da frage ich nicht. Die Samurai sind hier. Wer ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen zu Shima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Kahn und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten. Dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Ja, wenigstens kriegen wir mal ein bisschen Verstärkung hier. Masako. Klar, war doch ein Klacks für mich. Wir sind auch nicht zu hart mit Ihnen um, Fürste Masako. Das halten Sie aus. Die Bauern Yerikawas sind zäher, als sie aussehen. Und sehr stur. Noch sturer als ihr? Auf keinen Fall. Das ist das. Vor einer Woche noch hätten Sie auf die Namen Sakai und Adachi gespuckt. Doch seit euren Taten in Yerikawa, sie sind euretwegen hier. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich auch nicht. Alles klar, alte Frau. Die hat schon mehr Winter gesehen, als sie gut war. Sprich mit Yuna optional. Sprich mit den anderen Verbündeten. Die Mongolen besiebten unsere Samurai nur deshalb, weil sie in der Überzahl waren. Willkommen zurück, Fürst Sakai. Ah, Ishikawa. Konnichiwa. Sensei. Ihr kennt bereits unsere Verstärkung. Die Bannerträger des Shogun sind Elitekrieger. Doch selbst sie können ihre Bogenkunst noch verbessern. Und die Bauern? Beeindruckend. Viel Talent, aber ungeübt. Ein großes Lob von euch. Ja, Yerikawa war einst das Rückgrat unserer Insel. Wir könnten die Mongolen in die Flucht schlagen. Nach einem Monat harten Trainings. Ihr habt eine Stunde. Dann hört auf, mich abzulenken. Können wir mal machen. So, zwei Verbündete haben wir noch. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Es ist mir eine Ehre, euch zu helfen. Nee, leider nicht. Das ist alles, womit ich zurzeit dienen kann. Alles voll. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Naja, fast. Bis zum nächsten Mal. So, ähm. Ich würde gerne alle Verbündeten einfach nochmal mit allen. Mach die Zapfen fest. Jeden Einzelnen. Kenji. Ich sehe, ihr seid fleißig. Jemand muss doch dafür sorgen, dass der Rambok einsatzbereit ist. Wenn das Ding auseinanderfällt, kommen wir auf keinen Fall in die Burg eures Onkels. Hätten wir in der Asamo-Bucht bloß einen gehabt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sarkericht. Hehehehe. Da war jetzt nicht aus, wie so ein Besal. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja. Ich versuche, ihn nicht zu enttäuschen. Gut. Ey, wir holen da jetzt so stinken wie du, du alle Schnapsdrausel. Kann man mal machen. Habt ihr gehört? Sensei Ishikawa ist nicht in Komoda gefallen. Er hat die Schlacht überlebt. Wie? Er war nie dort. Ein Schützer wie er. Er hätte gegen die Mordolen händen. Wir raten, hier ist der Mönch. Norio. Trainiert ihr die neuen Rekruten? Nicht ganz, mein Herr. Ich habe gerade mit ihnen meditiert. Samurai. Die Bürger Yarikawas. Jede Seele braucht vor dem Kampf einen Augenblick der Ruhe. Um die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren. Und den möglichen Tod. Bei Savorta. Meditiert ihr mit mir? Es wäre mir eine Ehre. Habt ihr das Gefühl? Möge der Buddha über euch wachen, Fürst Sakai. Der Buddha. Der sitzt auf dem Kutter und frisst Buddha. Mit Tee. So, wie komme ich jetzt ins Häuschen von Yuna rein? Schwierig. Yuna hat mich gefrenzogen. Da komme ich nicht mehr rein. Hallo Yuna. Ich kenne es anders. Der Händler versteckte ihn in seinen Sake. Jetzt ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Wo kommen wir gestorben? Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest. Weil's niemand sonst es tat. Nein, er muss ja machen. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oga. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Gut. Wunderbar. So langsam nimmt der ganze Kram hier Gestalt an. Und jetzt müssen wir nur noch mit Fürst Oda sprechen. Oga. Oga? Moment. Shrek? Wo bist du? Shrek? Okay, der Shrek will nicht. Wir mussten uns den Vito anschließen. Wer da steht, sind nicht für uns. Dann lernen wir es. Wir kämpfen für Fürst Shimura und werden belohnt. Und wenn wir gut sind, machen wir uns vielleicht zusammen bereit. Fürst Sakai? Alles klar, Oga. Wo sind deine Fiona? Fürst Oga. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Du wirst im Begriff, eine lange Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Nein, will ich nicht. Ich kann lieber nicht warten. Wunderbar. Also war natürlich nur... Leute, so viel wie, du kannst jetzt längere Zeit nichts mehr machen. Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt war. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Kahn tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. So, jetzt machen wir die alle selbst platt. Werden alleiniger Chef. Na, können wir natürlich nicht bringen. Onkel, du siehst aus wie ein Clown. Also, die Rüstung selbst ist ja okay, aber die Hörner? Ich weiß nicht. Die Strohhüte. Doch ihr so floh mit dem Kahn. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr sprach mit dem Kahn? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst? Hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet? Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb ehrenvoll. Der Kahn wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin. Der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Ja, doch. Kann man mal machen. Wenn wir sonst niemanden mehr haben. Hat noch jemanden noch Yuna. Rühmen sich ihres Ehrenkodeks. Aber er macht sie auch starr, durchschaubar, leicht zu brechen. Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima. Heute besiegen wir Koton Ka. Holenburg-Simura zurück. Und taillagen die Mongolen aus unserer Heimat. Yo, let's go. Kann man mal machen, ne? Volk fürst Simura zum Sieg! Ach, Masako. Ops. Entschuldigung. Ich bin so froh die Playstation 5 gekauft zu haben. Auch der Playstation 4 wird das glaube ich echt übel. Allemann zum Tor! Vorstoß! Ich glaube, auch meine alten Playstation 4, die noch im Schrank steht, weil mein Kollege sich bei mir nicht meldet, sie aber unbedingt haben will. Oder wahrscheinlich nicht mehr. Einfach retardend rein, kann man mal machen. Auf höhere Position! Hi, Yuna! Komm schon! Ey, dann halt nicht. Ich muss ja erstmal ein bisschen zurechtkommen, was hier so abgeht. Ich bin da selbst... Also überfordert nicht, aber... Au! Au! Oh, sorry. Muss ich hier lang? Was braucht ihr denn so lange für diesen Lappen? Ist ja schlimm. Jawoll, Inge. Jawoll, Inge. Inge, Inge. Totcho! 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 So, ein bisschen Stuff sammeln ist immer gut. So, Yuna, lassen wir nicht allein, das kannst du aber vergessen. Alter, dieser Lümmel. Lass doch nicht einfach mit deinem großen Rohr zu Yuna. Ich weiß doch nicht, was er damit anfangen soll. Ihr habt genug Sorgen mit ihren Verlusten. So, wir können hier unsere Ausdauer gut erhöhen, das gefällt mir ganz gut. Der nennt mich so ein bisschen an... Ja, die Schützen über dem Tor. Ja, die Schützen über den Tor. Ja, aber warum auch immer das ist grobe. So. Kann sein, dass ich hier lang muss? Warte mal, wenn ich hier das Blasrohr... Ah, ich hab keine... Nadeln. Ich will sie mal nicht sagen, aber... Durch dieses Tor kommt ihr nicht! Lauf, Völklinge! Oha! Oha! Schwarzpulver-Raketen, das hat... So gut hat das damals nicht funktioniert. Schwarzpulver-Raketen, das ist eure Chance, Fr. Sakai! Zerstört ihre Waffen ehrenvoll! Ich halte die Stellung und lecke sie auf mich! Ich komme mit dir! Bleib rein! Haltet eure Position! Fr. Sakai! Nehmt die Ruacha! Ehmt die Ruacha! Das war's für heute. Einmal nach oben. Los, 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 los. Der Geist! Der Geist! Mehr Mongolen! Sind sie alle! Ja, also, kann man mal machen, ne? Wir können hier nichts tun. Gehen wir zu den anderen. Es war gut, die Mongolen. Dein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es so weit geschafft. Und jeder weiß das. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Ah, schwierig, schwierig, ne? Wenn wir den Weg des Samurai verlassen und unehrenvoll kämpfen, ist es halt die Frage, was das für ein Sieg ist. Ein Sieg macht in dem Sinne keinen Sinn, wenn wir als weiteres Monster gewinnen. Weil dann ist die Frage, wie lange dauert es, bis wir das Monster sind, ne? Also, mein Onkel hat da nicht Unrecht. Es ist zwar schön, dass Yuna hier auf unserer Seite ist und versucht uns ein bisschen aufzuf... Ähm... Also, wir haben beide recht, sozusagen. Alle zur Brücke! Für Tsushima! Für Tsushima! Ich weiß nicht, warum wir uns eben nicht angegriffen haben, aber... Wir müssen nur die Brücke einnehmen, und dann den Wurz mit deinem Kampf. Wir müssen nur noch ein paar Sachen sammeln. Vielleicht ist da was drin. Da hat er drauf geschissen. Ich will dem fetten Penner hier draufs Maul hauen. So, Kuna haben auch wieder welche gefunden. Das ist doch gut. Super. Die Juna ist klasse. Juna, wir brauchen deinen Bogen. Alles klar. Das ist ne Falle. Der will die Brücke sprengen. Nein. Der wird doch jetzt nicht das Pferd anstecken. Die armen Pferde, dieser Bastard. Wir waren gezwungen, okay? Aber heute hüß. Die armen Seelen. Er schickt sie in den Tod. Für nichts. Wir müssen ihr Opfer ehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gehört? Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn. Allein. Ich glaub, unsere Outgame-Juna ist grad ab. Oder ist grad in Daurigkeit versunken. Wir haben Pferde. So ein dreckiger Wichser. Das Schicksal... ...zu Shimas. Die Monkolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergiftet den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren, uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Kahn verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts. Jinn. Nein. Wir sind fertig. Ah, schwierige Situation. Ich kann beide verstehen. Also eine Denkstelle ist jetzt an sich nicht verkehrt. Weil der Weg, den wir als Jinn jetzt einschlagen, ich weiß nicht, ob wir das theoretisch hätten ändern können. Aber eigentlich stimmt das, was unser Onkel sagt. Wir gehen halt einen Weg, wo die Leute halt Angst haben. Man muss halt bedenken, die Stärke und die Hinterhältigkeit, die du deinem Feind zeigst, Feind mit PF, die du deinem Feind zeigst, ist halt auch die Stärke und die Grausamkeit, die du halt dein Volk leerst oder deinem Gefolge vorzeigst. Also dementsprechend, ich will es zwar nicht sagen, aber... Daran wird euer Gegner verzweifeln. Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Wir sehen uns wieder. Okay. Okay, das sieht auch nicht schlecht aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleib bei meinen... Ich bleib bei der Ronin-Kleidung. Das ist aber schön und bunt. Nee, das passt so. So, wo ist denn jetzt unsere Juna? Masako, was ist los? Fürstin Masako. Ihr habt überlebt. Viele hatten weniger Glück. Ich war nicht da, als meine Söhne starben. Aber ich werde für diese hier in ihren letzten Stunden da sein. Fürst Shimura möchte bei Sonnenaufgang angreifen. Wenn es eine andere Strategie gibt, die vielleicht jemandes Kinder rettet... Könnte sein. Tut, was ihr tun müsst. Meine Unterstützung habt ihr. Aber wir werden... Vielen Dank. Vielen Dank.